Das ist Ihr Bürosessel. Hallo. Für Ihren Bürosessel bedeuten Weihnachtskekse, Braten und Schokoschirmchen. Es wird ein schwerer Start ins neue Jahr. Tun Sie was für sich und Ihren Bürosessel. Der Antenne-Fitness-Tipp. Hier ist Eva Kranz aus Antenne-Atwork. Ab dem 9. Jänner gibt's bei mir täglich einen Fitness-Tipp, den Sie ganz einfach in der Arbeit mitmachen können. Gemeinsam besiegen wir den Weihnachtsspekt. Der Antenne-Fitness-Tipp. Präsentiert von Corpus Motum. Die Bewegungsexperten fürs Büro. Jetzt Ihre Angestellten anmelden auf corpusmotum.com.